Es wird ein Test für euren Kopf, für euren Verstand und für euer Hirn. Große Helden, Riesenabenteuer und viele Filmpremieren. Nick bringt Filmhighlights für die ganze Familie zu euch aufs Sofa. Das Nickelodeon Sofakino. Hallo. Er ist unwiderstehlich. Hat großen Stil. Und ne kleine Macke. Nun hat er auch noch ein Visum. Gottschützer Amerika. Polygram Film Entertainment präsentiert Ihnen mit Schrecken... Ich bin Dr. Bean. Allem Anschein nach. Rowan Atkinson. Er ist also ein Genie. Das kann nun wohl sagen, Sir. ...in allergrößten Schwierigkeiten. Sie holen jetzt ganz langsam die Waffe raus. Halten Sie dabei den Griff nur mit zwei Fingern fest. Wir lieben. Wir lieben. Wir lieben. Wir lieben. Bean. Der ultimative Katastrophenfilm. Einfach. Jetzt platzt die Bombe. Spektakulär. Funken. Packende Abenteuer Das darf doch nicht wahr sein Und atemberaubende Geschichten Voila! Großes Kino für die ganze Familie Wahnsinn, ja ein Geschenk Das Nickelodeon Sofa Kino Heute um 20.15 Uhr Nur bei Nick